To the good old days, when the mama sang us for something, I wish to stop Iiiiio Leute, was geht? Hier ist euer freaking geholfen mit Leuten Video Und ja im Hintergrund seht ihr gerade die neue Unterwelt Tarnung Und meiner Meinung nach ist es einfach eine richtig krasse Tarnung Und ja ich habe sie einfach gestern noch freigeschaltet mit ein paar Freunden Wir haben einfach noch glaube ich bis um 3 Uhr gezockt Am Anfang war es einfach übertrieben schwierig Weil man einfach nur saulang drin mit Spezialisten bekommt Weil ich eigentlich immer mit Sensei gespielt habe Aber dann habe ich jetzt was herausgefunden Nämlich nehmt einfach den Ripper mit und den extra 1 Slot einfach übertakten Und dann wenn ihr TDM spielt und zwei Kills macht Dann habt ihr schon den Spezialisten Und dann könnt ihr einfach in einer Runde so 10 bis 20 Spezialisten Kills machen Und das ist einfach übertrieben krass Und dann könnt ihr einfach in 1 bis 2 Stunden einfach schon die Tarnung freischalten Und ja das war es von mir Wenn es euch dieses Video gefallen hat lasst mir ein Like da Ich wünsche euch einen schönen Tag Ich brauche es Und ciao